In diesem Video geht es um Artenvielfalt. Ich erkläre dir, was man unter Artenvielfalt versteht und dass es sehr wichtig ist, die Artenvielfalt zu erhalten. Artenvielfalt ist die Verschiedenartigkeit der Tier- und Pflanzenarten, die auf der Erde leben. Sie ist wichtig, weil jedes Lebewesen eine Rolle in einem Ökosystem spielt. Artenvielfalt kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie z.B. den Klimawandel, menschliche Aktivitäten, Umweltverschmutzung und den Verlust von Lebensräumen. Der Klimawandel beeinflusst die Artenvielfalt, indem er die Temperaturen, Häufigkeit von Niederschlägen und Wasserstände verändert. Viele Arten haben Schwierigkeiten, sich an die schnellen Veränderungen anzupassen und sterben aus. Menschliche Aktivitäten wie Landnutzung, Fischerei und Jagd können auch Arten beeinträchtigen oder sogar ausrotten. Die Umweltverschmutzung kann ebenfalls die Artenvielfalt beeinträchtigen, indem sie Lebensräume vergiftet oder die Gesundheit der Tiere und Pflanzen beeinträchtigt. Es gibt viele Maßnahmen, um die Artenvielfalt zu schützen und zu erhalten. Eine wichtige Maßnahme ist der Schutz von natürlichen Lebensräumen wie Wäldern, Feuchtgebieten und Korallenriffen. Durch den Erhalt dieser Lebensräume können viele Arten geschützt werden, die auf sie angewiesen sind. Es ist auch wichtig, die Störung und Teilung von Lebensräumen zu vermeiden und Ökosysteme zu verbinden, um die Bewegungen von Arten zu ermöglichen. Verbote und Regulierungen können den Schutz von Arten und ihren Lebensräumen sicherstellen, indem sie bestimmte Gebiete als Schutzgebiete ausweisen oder bestimmte Fangmethoden und Jagdpraktiken verbieten. Umweltverschmutzung kann durch verschiedene Maßnahmen wie Abfallmanagement, Reduzierung von Emissionen und strengere Umweltvorschriften bekämpft werden. Ein weiterer wichtiger Schutzmechanismus ist die Kontrolle invasiver Arten, um die Ausbreitung von nicht-einheimischen Arten zu verhindern, die einheimische Arten verdrängen können. Außerdem spielt der Kampf gegen den Klimawandel eine wichtige Rolle. Untertitelung des ZDF, 2020